Musik Und hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu nicht Super Mario World, sondern zu Keizo Mario. Haha, na, keiner hat mir geglaubt, dass ich das perfekt spielen kann. Ja, das ist doch schon eingespielt hier, seht ihr ja, dass ich das perfekt spielen kann. Und das möchte ich euch jetzt mal mit diesem Video beweisen. Werft einen Spieler? Naja. Und wir wollen mal hier natürlich mal so zwei, drei, vier Level spielen. Da zeige ich euch mal, wie das richtig funktioniert hier. Und das werde ich auch jetzt so tun. Haha. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir legen mal los. So, Leute, ich werde nicht allzu viel sorgen. Jetzt kann ich euch gleich sagen, ich muss mich vollkommen konzentrieren. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich sag den, entschuldigt bitte, dass ich nicht allzu viel sage, aber ich muss mich hier so dermaßen konzentrieren. Das ist... Halt mir kaum den Kopf aus, hält mir das kaum. Mhm, mhm. Ja, ne, ich hab's drauf, wa? Und nicht nur Zahnbelag. Naja, das ist übel. Ja. Ja, ich will dich auch voll konzentrieren, Leute. Ich will keine Werbung machen. Ich will keine Werbung machen. Ei, 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 ei. Das ist Kraft. Ja, ich muss das hier so schnell machen, weil sonst würde ich abstürzen. Ja, mhm, 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 mh, mhm, 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 mhm. Entschuldigt nur, dass die Kamera ausfoha. Ahem, hum, hum, ehm, mhm, ähm. Opuszen, kein, Fake. Ich habe das wirklich gespielt! Ehrlich. Oder würde mich da Lüge bezüchtigen? Hm? Hm? Ja, genau du! Genau du! Schau mir in die Augen! Ich hab das wirklich selbst gespielt? Hm? Also wirklich jetzt? Also ohne Quatsch! Ich hab das wirklich selbst gespielt! Hm? 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 Ähm... Jetzt seht ihr mal wie Kitesomorio gespielt wird! Okay liebe Freunde, ich danke euch hier fürs Zuschauen! Und dann bis zum nächsten Mal liebe Freunde! Ciao! Tschüss!